Frauen sind im Alter bei der Rente wegen geringerem Verdienst gegenüber Männern deutlich benachteiligt. Altersarmut droht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, es gibt eine neue Pressemitteilung vom 18. Januar 2024 und zwar von dem Bundesamt für Statistik. Ich zeige Ihnen das gleich mal und dort sagt das Bundesamt für Statistik folgendes. Frauen verdienen pro Stunde 18 Prozent weniger als Männer. Das ist das Ergebnis der sogenannten Gender Pay Gap Studie 2023. Frauen haben im Jahr 2023 in Deutschland pro Stunde durchschnittlich 18 Prozent weniger verdient als Männer. Das hat das Statistische Bundesamt de Statis in der Pressemitteilung vom 18. Januar 2024 mitgeteilt. Das ist also sozusagen erst mal der Kern der Pressemitteilung. Frauen erhalten im Schnitt 20,84 Euro und damit um einen um 4,46 Euro geringeren Bruttostundenverdienst als Männer. Die bekommen nämlich 25,30 Euro. Meine Damen und Herren, wir haben hier eine kleine Veränderung bei der Messung im Vergleich zum Jahr 2006. Dort betrug der geschlechterspezifische Verdienstabstand noch 23 Prozent, aber seit 2020 verharrt er bei 18 Prozent. Das Kernproblem ist folgendes, dass dieser Verdienstunterschied, das sehen Sie hier auch in dieser Pressemitteilung, dass der ab Anfang 30, also wenn die Damen 30 Jahre und älter sind, nimmt der Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern fast stetig zu. Und da liegt der Grund darin, dass viele Frauen ab 30 dann ihr erstes Kind bekommen, dann in die Elternzeit gehen, dann zu Hause bleiben und dann stagniert sozusagen ab diesem Alter ihr durchschnittlicher Bruttostundenverdienst, während er bei Männern laut dieser Studie immer nach oben geht. Und das liegt wahrscheinlich daran, also zumindest aus meiner Erfahrung auch, liegt das daran, dass Frauen im Laufe ihres Erwerbslebens familienbedingt häufiger ihre Karriere unterbrechen müssen und in Teilzeit arbeiten. Karrieresprünge und Lohnerhöhungen werden für Frauen somit seltenär. Also das bedeutet letzten Endes, dass hier zu befürchten ist, dass Frauen im Alter deutlich benachteiligt sind. Das wird dann auch nicht durch die Kindererziehungszuschläge oder Kinderberücksichtigungszeiten, die man ja in der Rente mit einberechnet bekommt, ausgeglichen, weil schlicht und ergreifend das monatliche Bruttoeinkommen oder das Jahresbruttoeinkommen von Frauen geringer ist als bei Männern und damit eine zum Teil deutlich geringere Frauenrente dabei rauskommt als bei einer Männerrente. Das ist das Problem. Lesen Sie sich bitte einfach mal diese Studie mal durch, dann werden Sie sehen, dass unsere Frauen auch geschlechterspezifisch letzten Endes immer noch benachteiligt sind. Das ist ein, aus meiner Sicht, immer noch ein Skandal, dass sowas in Deutschland überhaupt möglich ist, dass Frauen weniger verdienen, die Männer. Frauen haben, das ist auch ganz klar eine deutlich höhere familiäre Last. Sie bekommen Kinder, sie müssen im Krankenhaus Kinder bekommen, das häufig auch unter großen Schmerzen. Dann werden die Kinder erzogen und oftmals ist es so, dass die Frauen auch die überwiegende, ich sage nicht, nicht dauerhaft, aber überwiegend die höhere Erziehungslast haben und deshalb auch leider Einkommensausfälle erleiden. Und das muss im Grunde genommen letzten Endes durch den Gesetzgeber beendet werden, dass hier Frauen nicht mehr so benachteiligt sind, dass wir bessere und schneller mehr Kindergartenplätze bekommen, dass Frauen auch nicht mehr so häufig in Teilzeit arbeiten müssen. Viele Frauen wollen in Vollzeit arbeiten gehen und so weiter und so fort. Also, meine Damen und Herren, Frauen werden mit dem Lohn benachteiligt, geschlechterspezifisch. Die Folge davon ist, dass Frauen auch gegenüber Männern relativ oder deutlich sogar weniger Rente im Alter zu erwarten haben. Das ist aus meiner Sicht ein absolutes Unding und das muss geändert werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel